Wer heilt hat Recht? Ärzte, Heilpraktiker, Heiler. Wie kommt es zu dem heute lebhaft geführten Diskurs, wodurch alle Heilkundiger auf eine gemeinsame ursprüngliche Geschichte zurückgreifen können? Mein Name ist Pünkt. Zeichen Atelier für kreative Lebensbewältigung. Na, das Video Intro wiedererkannt, das ist das Intro, das ich verwendet habe für das erste Video zum Thema Heilkunde. Und heute kommt das zweite Video aus dieser Kurzreihe, das Video über die Heilpraktiker. Und für alle die, die das erste Video zu den Heilern noch nicht gesehen haben, hier kommt nochmal eine Aufnahme mit dem Link, wo ihr das findet. Und ich möchte euch bitten, den ersten Teil dann nochmal zu gucken, denn es macht natürlich immer Sinn, Teil 1 vor Teil 2 zu sehen. Für die, die jetzt neu dazu geschaltet sind, es wird insgesamt vier Videos geben, die das Thema Heiler und Heilkunde einführen hier im Kanal. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim zweiten Video zu diesem Themenbereich Heilkunde, dem Video über die Heilpraktiker. So, und bevor wir uns jetzt wie angekündigt den Ärzten widmen, möchte ich mal den Stammbaum sozusagen der Heilkunde für euch noch darlegen. Da haben wir heilkundige Männer und Frauen der Naturvölker. Was die genau gemacht haben, würde ich sagen, entspricht vom Gedankengang den Heilern, die wir heute kennen, oder den Heilpraktikern. Ärzte und Ärztinnen sind da irgendwie schon weiter weg von. Und deswegen behandle ich die auch im Video 1 und arbeite mich so historisch ein bisschen rückwärts zu den Heilpraktikern und Heilpraktikerinnen hin dann zu den Heilern und Heilerinnen im dritten Video. Und wie gesagt, alles zusammengefasst finden wir dann im vierten Video, wo es einfach dann auch nochmal um die Wirtschaftsfaktoren und die Gesundheitspolitik geht, die eben auch diese Spaltung, die wir heute haben, bei den Berufen überhaupt erst möglich macht und auch die Diskussion. Und an dieser Stelle steigen wir jetzt ein in die Beschreibung des Berufszweiges der Heilpraktiker, so wie jetzt auch nochmal im Stammbaum der Heilkunde dargestellt. Ich greife nochmal ganz kurz auf meine eigene Biografie zurück, und zwar als ich das erste Video überhaupt gemacht habe und vorgestellt habe, was hier auf dem Kanal stattfinden soll und wer ich überhaupt bin. Da habe ich ja schon erwähnt, dass ich 2008 den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht habe und ich habe auch irgendwann mal versucht, den großen Heilpraktikerschein zu machen. Und das ist auch der Grund, warum ich euch jetzt sozusagen ein bisschen was darüber erzählen kann, über die Herkunft und über die ganzen Sachen. Und ich habe mir heute Mittag mal die Mühe gemacht und bin durch meinen Bücherschrank gegangen und habe mal alle Bücher rausgesucht, die ich für meine Ausbildung damals gebraucht habe, die also wirklich staatlich vorgeschrieben sind, um sich später überhaupt Heilpraktiker oder Heilpraktiker für Psychotherapie nennen zu dürfen. Ich fange mal mit dem Buch an, was der Heilpraktiker können muss. Das ist Naturheilpraxis heute, ist so das Standardwerk. Das ist eine ältere Ausgabe, die ich hier habe, die stammt, ich muss sogar mal selber schauen. Hallo, ich glaube aus dem Jahr 2000, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich gehe mal hier rum. Ja, das ist die erste Auflage aus dem Januar 2000. Und ich habe damals angefangen 2006. Das müsste hier auch noch irgendwo stehen. Das ist hier nämlich nicht die erste Auflage. Auf jeden Fall, dass ihr das mal so seht. Und in diesem Buch, da ist das Geleitwort vom Deutschen Heilpraktikerverband mit drin, die damaligen Vorstände des Heilpraktikerverbands. Also ich werde auch noch ein bisschen recherchieren jetzt, bevor ich das Video fertig mache, wie der aktuelle Stand ist. Aber dass ihr das einfach mal gesehen habt. Wir waren schon ganz aktuell mit E-Mails damals versorgt. Also schon ein paar Tage her. Dann kommen hier Vorworte und Danksagungen. Dann wird hier beschrieben der Heilpraktikerberuf. Da werde ich also, das ist meine Hauptquelle, mit der ich nachher dann auch arbeiten werde. Und das natürlich auch mal ergänzend durch eine entsprechende Internetrecherche. Und dann wird das Buch beschrieben. Und hier kriegt ihr mal so ein Abkürzungsverzeichnis mitzusehen, dass man einfach mal so sieht, was ist das hier eigentlich alles. Und dann kommt hier die Einführung in den Beruf des Heilpraktikers. Und da sieht man, ich habe das noch eine ganze Zeit lang mitgemacht. Das ist ein ordentlich benutztes Buch. Ich habe es, wie gesagt, damals nicht fertig machen können und später für meinen beruflichen Weg auch so nicht mehr benötigt. Da hat der Heilpraktiker für Psychotherapie gereicht. Aber den gibt es halt erst seit 1998. Und da hat man am Anfang dann eben auch, um die medizinischen Sachen zu klären, noch ganz regulär hier mit dem Naturheilpraxis heute gearbeitet. Was wir dann auch natürlich alle brauchen, ist der Psyrembel. Das ist jetzt natürlich auch eine etwas ältere Auflage, weil ich im Moment einfach ganz andere Tätigkeiten ausübe. Und das ist ein klinisches Wörterbuch. Das hat eigentlich auch jeder Arzt in seiner Praxis stehen. Für die, die wirklich heilpraktisch unterwegs sind, das ist jetzt nur ein Beispielbuch, ist es halt wichtig, auch die Anatomie kennenzulernen vom Menschen. Und ich fand das Buch halt ganz schön. Deswegen habe ich das jetzt mal zugenommen. Und hier in dem Bild, ich hoffe, es ist lang genug eingeblendet, kann man mal sehen, was das wirklich alles bedeutet, sich mit der Anatomie des Menschen zu befassen. Und das ist eben nur eine kurze Übersicht. Ich als Heilpraktiker für Psychotherapie musste natürlich mich mit den psychiatrischen Erkrankungen noch mehr beschäftigen, was Teil meines Kunsttherapiestudiums war. Und das war also hier nochmal Prüfungsvorschriftsbuch, zumindest für Hamburg 2008. Und das hier ist auch ein entsprechendes Lehrbuch, mit dem dann gearbeitet wurde. Also was ich euch damit natürlich zeigen möchte, ist, dass es sich hier nicht um eine Feld-, Wald- und Wiesenausbildung handelt. Was viele Leute wirklich denken, wenn man das nicht ordentlich macht, dann ist man verantwortlich für seine Patienten eben genau wie ein Arzt und kriegt auch entsprechend ordentlich Ärger, wenn man es nicht richtig hinbekommt. Wo da der Unterschied ist und wo da die Krux ist, auch in der Konkurrenz und in der ganzen Diskussion, da kommen wir, wie gesagt, im Laufe des Videos nochmal drauf. Um den historischen Überblick und die Reihenfolge zu bewahren, stellt sich jetzt die Frage, welche Heilmethoden sind ab wann bekannt. Und da fangen wir als erstes mit der Kräuterkunde an. Die Kräuterkunde wurde eigentlich sozusagen als eine der ersten Methoden angewandt, in der Antike schon von Medizinmännern und vor allen Dingen von Medizinmännern, Frauen betrieben natürlich, oft mit Schamanismus und den entsprechenden Ritualen gepaart. Hat sie sich bis heute eigentlich gehalten. Das sieht man sehr schön, da ist einer unserer modernen Schamanisten dran. Ich glaube, der Mann heißt Spörrel oder Spörtel, ich kenne ihn nicht so genau. Er soll mir bitte nicht böse sein, wenn ich jetzt seinen Namen falsch ausgesprochen habe und er das Video aus Versehen sieht. Wer auch in die Zeit noch reinpasst oder wer es dann modernisiert hat, ist Hildegard von Bingen, die das Ganze dann tatsächlich im Mittelalter auf ein medizinisches Niveau gehoben hat und entsprechend auch angefangen hat, die Wirkung von Heilkräutern zu dokumentieren. Da sieht man es nochmal schön. Hildegard von Bingen hat sich mit Ernährungsheilkunde, den Heilmitteln und den verschiedenen Kräutern in der Anwendung bei verschiedensten Krankheiten befasst. Sie hat das Heilfasten nochmal mit reingenommen und so weiter. Heute ist kräuterheilkundlich bekannt. Maria Treben, denke ich mal. Und eben je nach Interessenslage der ein oder andere Heilpraktiker, vor allen Dingen eben im Bereich alternative Ernährung und Vorbeugung. Da haben wir nochmal so ein Foto von Maria Treben und ihren berühmten Schwedenkräutern, die man wirklich im Prinzip für alles nehmen kann. Ich fand das ganz witzig, weil es gibt ja diese Bücher von Edith Pleiten, Hanni und Nanni, falls die noch wem was sagen. Und es ist halt einfach ganz trollig, dass da immer von so einer schwarzen Medizin die Rede ist. Das sind tatsächlich die Schwedenkräuter. Die soll ganz scheuzig schmecken. Ich kann nur bestätigen, sie schmecken scheiße. Ja, das ist Fakt. Aber sie helfen. Unglaublich gut. Und hier sieht man nochmal ein Bild von der traditionellen chinesischen Medizin eingeblendet. Und auch das war eine schöne Sache. Was es da für unterschiedliche Kräuter alles gibt. Die sind natürlich landestypisch. Und die werden auch heute noch beendet. Dann haben wir die Hydrotherapie, die sogenannten Wasserbehandlungen. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich würde sagen, da schleitet es auch bei vielen schon. Auch da haben wir wieder die Situation, dass die eben von etlichen Schamanen angewandt wurde. Aber am bekanntesten ist das harmonische Zusammenspiel der fünf Elemente Wasser, Luft und Bewegung. Ernährung für Feuer. Und die Heilpflanzen stehen für das Element Erde. Zusammengefasst in dem fünften Element der Lebensordnung, was man aus der Astrologie als Qi und Äther kennt. Also hier bilden sich die Grundlagen für ein gesundheitsbewusstes Leben und einen entsprechenden Lebensstil. Und diese fünf Säulen, die gerade eingeblendet worden sind, die hat vor allen Dingen der Sebastian Kneipp dann nochmal schön für die modernere Zeit zusammengefasst. Und Sebastian Kneipp hat seine Methoden in Bad Wörishofen mit Wassertreten und warmen Bädern praktiziert. Und es wird ja heute immer noch Kur betrieben. Und da ist eben auch so ein Ding, es ist immer so eine Frage, ist man jetzt ein Heiler oder ist man ein Arzt? Es ist so beides möglich. Egal wie man es macht, der Übergang ist eben nicht so fest zementiert. Und Herr Kneipp zum Beispiel war gar kein Mediziner ursprünglich, sondern eigentlich ein Pfarrer. Und hat sich dann angefangen damit zu beschäftigen, wohl aus eigenem Bedarf heraus. Und hat das Ganze dann eben auch zugänglich gemacht Medizinern, die das Ganze dann wissenschaftlich begründen konnten. Und so geht es jetzt weiter hier mit Akupunktur, Akupressur und Massage. Akupunktur, das klassische Ding mit den Nadeln. Ich kann dazu nur sagen, es ist so gewesen, dass man tatsächlich im Ursprung mal entweder eben gar keine Nadeln verwendet hat. Wie man jetzt hier auch sehr schön sehen kann und die Hände und die Füße massiert hat. Und dann waren tatsächlich ganz am Anfang Steinnadeln im Gebrauch, weil das Material halt da war. Und weil die Akupunktur so alt ist, dass es sogar Akupunktur dokumentiert gibt oder wohl schon beschrieben. In China zu einer Zeit, als eben noch Metall nicht verarbeitet wurde im so feinen Stil. Und dass es tatsächlich einfacher war, das mit Stein herzustellen, diese Sachen. Verwandt sind dann so Methoden wie Rangdrüll, Reiki und Shiatsu, um beim Heilkundlichen zu bleiben. Und hier sieht man einen Heiler in Aktion, wie er also massiert. Und was es also für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, zu massieren. Nebendran habe ich nochmal die Organuhr eingeblendet, weil die eben auch zu der Zeit bekannt war und man eben helfen konnte bei der Massage. Und dann Klistiren zur Darmentleerung sind in Babylon und Indien und Ägypten schon 10.000 Jahre und mehr vor unserer Zeit Rechnung bekannt. Und die wurden als Einlauf verwendet zur Darmspülung und einfach bei Verstopfung und zur Reinigung des Darms fanden die Verwendung. Hier kann man es sehr schön sehen, da kriegt ein Baby, dass es Verstopfung hat, seine Darmspülung. Aber schon moderner, mit einer Spritze, die zu dem Zeitpunkt, als das Bild dann gemalt ist, im 16. Jahrhundert auch schon erfunden hat. Prothesen gibt es auch schon seit über 20.000 Jahren. Das heißt, die Ägypter kannten sowas schon, die haben dann wirklich Knochen und Zähne und so mit Holzstücken ersetzt und das halt so gut es geht befestigt am Menschen. Und 2800 Jahre vor unserer Zeitrechnung ist dann auch die erste Augenprothese dokumentiert. Im 18. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung wird in Mesopotamien der Kodex Hum Hammurabi verfasst. Er ist eine erste Schrift von Fallbeispielen und eine erste Gebührenordnung für tätige Heiler, Heilpraktiker und Ärzte. Irgendwann musste das Ding dann auch mal monetär geregelt werden. Dann hat man in der gleichen, ich sag jetzt mal einfach, geografischen Ecke in Nippur zum ersten Mal den sogenannten Zahnwurm dokumentiert. Das war eine Idee oder eine Vorstellung davon, wie Karies in die Zähne kommt. Und Hippokrates beschreibt dann eben Baumrinde und Minze, um die Zähne zu reinigen. So. Die Behandlung von Tumoren war damals auch schon möglich. Dafür hat man einen Feuerstab genommen. Das Mädchen, das jetzt hier auf dem Bild ist, hat das schon deutlich besser. Die ist ordentlich chirurgisch behandelt worden, aber sehr spät, wenn man sich das mal so klar macht. Milzbrand, auch persisches Feuer genannt. Kennte man auch schon in der Antike. Bakterien vermehren sich, setzen einen toxinfrei, das Hautzellen zerstört. Und es ist halt so, dass man das wirklich dann auch auf der Außenhaut sieht. Also Frühzeichen sind massive blaue Flecken. Das ist einfach nur für euch, falls mal einer von euch das merkt. Also stößt dich an und hast gleich einen riesen Flatschen, dann ist mit der Milz was nicht in Ordnung. Dann ist auch schon die Mund-zu-Mund-Beatmung beschrieben. Ja. Und das könnt ihr selber lesen. Da sah man einfach den Knaben tot in seinem Bett. Und da wird es einfach sehr schön beschrieben, wie da die Behandlung aussieht. So. Und ab dem 5. Jahrhundert vor Christus entwickelt sich dann die sogenannte Moralpathologie. Eine erste Medizinteorie sowie der Eid des Hippokrates. Und diese wird erst abgelöst mit der Zellularpathologie des 19. Jahrhunderts. Und das ist dann eben schon die Mitte von der industriellen Revolution. Hier steigen wir ein in die Krankheitslehre von den Körpersäften, die sogenannte Homorallehre. Vier-Elemente-Lehre. Bestehen aus dem Verständnis, dass alles Sein aus vier Grundelementen Erde, Wasser, Feuer und Luft zusammengesetzt ist. Das sind die Prinzipien des Festen, des Flüssigen, des Gasförmigen und des Insgesamtförmigen. Hier haben wir Hippokrates und Galen. Links Hippokrates, rechts Galen. Und deren Schriften und noch die Schriften einiger anderer Leute sind zusammengefasst in der Sammlung Corpus Hippocratium. Aus der Zeit von 600 vor Christus bis ca. 200 nach Christus. Hippokrates hat gelebt von 460 bis 370 vor Christus. Und von ihm ist eben diese vier Säftelehre erstmal in kalt und warmen Unterschieden als Basis festgelegt worden. Galenus von Pergamon ist dann 130 bis 200 nach Christus und er hat die Lehre von Hippokrates ausgebaut und verfeinert. Beide zusammen haben damit die Basis für unsere moderne Medizin gelegt im Endeffekt. Vielleicht sogar mehr für die Heilkunde, aber das kann man je nach Betrachtungsweise sehen. Und hier nochmal die Zusammenfassung von der Hippokratischen Lehre und die Erweiterung von Galen. Haltet euch gerne das Video an, um euch das dann mal in Ruhe durchzulesen und anzugucken. Galen war auch der, der dann die Charaktere festgelegt hat und hat gesagt, je nachdem wie stark die einzelnen Säfte ausgeprägt sind, danach richtet sich das eben auch, was für ein emotionaler Menschentypus man ist. So, jetzt geht es noch weiter mit den Heilmethoden. Nachdem ich jetzt etwas genauer auf Galen und Hippokrates eingegangen bin, habe ich hier einmal Avicenna und Paracelsus, wobei Paracelsus deutlich später ist. Aber Avicenna ist ebenso der nächste bekannte Arzt um 1000 nach Christus. Da sind wir also schon im Mittelalter drin, parallel zu Hildegard von Wingen. Und er war eben Philosoph, Dichter, Astronom, Astrologe, Musiktheoretiker, Politiker. Und er kam aus einer Familie, die eben verantwortlich war für das erste Mal, dass man sozusagen auch eine Terminologie für Medizin entwickelt hat. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Dann haben wir das erste Mal zum Beispiel etwas, wie es Johanneskraut, das in seiner Wirkung beschrieben wird, im sogenannten Lorscher Arzneibuch. Und ja, ich habe bei wir das D vergessen hinten, aber wird es trotzdem lassen. Ich glaube, es kriegt jeder hin, das so trotzdem zu lesen. Und dann habe ich das erste Lehrbuch, Balz-Lehr-Lech-Book. Es ist so das erste Mal, dass tatsächlich die Kiefer-Gaumenspalte, das ist ein Wort, die Kiefer-Gaumenspalte beschrieben wird und auch als Operationsmethode eben dargelegt wird. Und das war das vorher, eben Sinas Familie, da gehört auch der Hunderin eben Eschak dazu. Die haben eben tatsächlich mal versucht, die ganze Medizin so zusammenzufassen. Und wer den Medikus kennt, das Buch und nicht den Film, da kommen diese ganzen Leute auch sozusagen ein bisschen drin vor. Da will der Medikus hin zu seiner Ausbildung. Dann haben wir Hildegard von Bing. Über die mache ich auch dann irgendwann nochmal ein eigenes Video, aber sie ist eine der Ersten, die sich eben auch zum Beispiel um Frauenheilkunde systematisiert kümmert. Und heilig gesprochen ist sie auch. Ernährungsheilkunde, Heilmittel, Anwendungen und so weiter. Aufbauend auch auf ihrer Arbeit entsteht die Schule von Salerno, die ist dann begründet im 12. Jahrhundert. Und tatsächlich ist die Sammelhandschrift Trotula Die erste Handschrift, in der es tatsächlich nur um systematische Frauenheilkunde geht. Und das ist natürlich auch ein Novum in der damaligen Zeit. Sonst bräuchte ich es hier im Video nicht nochmal extra erwähnen. Genau, das dazu. Dann einen kleinen Gimmick, wo es so rüber geht, wirklich in die Normalmedizin. Giovanni D'Arcoli benutzt dann tatsächlich Füllmaterial aus Gold, um einen karriösen Zahn zu behandeln im 15. Jahrhundert. Und das ist so der Punkt, wo es dann eben auch schon in die Neuzeit kippt. Und da haben wir tatsächlich dann Paracelsus als berühmten Heiler. Und es gibt ja auch die Paracelsus-Schulen, die eben auch auf seine Arbeit verweisen und zurückgreifen. Und er novelliert halt einfach die Medizin der damaligen Zeit. Ja, da kommen wir jetzt auf die Medizin der Neuzeit tatsächlich. Hier wird der Überblick ein bisschen kürzer, weil das habe ich ja schon im Video 1 mit reingenommen. Da haben wir William Harvey, er beschreibt den Blutkreislauf. Das ist dann auch nochmal eine Wiederholung für euch, wie Sie das andere Video gesehen haben. Johannes Sieges und Elsholz und hat die erste Injektion bei einem Menschen mit einer Spritze vorgenommen. Er entwickelt Pierre Fouchard, das ist also französisch, ich liebe es. Er entwickelt 1730 den ersten Zahnbohrer, den man anwenden konnte. Und dann sind wir bei James Lind, der tatsächlich das erste Mal eine Vergleichsstudie medizinischer Art macht. Zum Thema Skorboot. Mit dem Schiffsarzt James Lind sind wir dann nach meiner Meinung auch an den Punkt angekommen, wo es so deutlicher wird, dass sich eben die Naturheilkunde und das, was wir heute unter Gesamteindruck des Heilpraktikers verstehen, endgültig aufspaltet von der Medizin weg, die wir heute kennen. Und deswegen habe ich an der Stelle auch gestoppt. Der Übergang ist natürlich fließend, weil immer Ärzte auch natürlich auf Naturheilkunde zurückgreifen, auf Akupunktur und so weiter. Und man so keine so ganz knallharte Linie ziehen kann. Aber nach Lind setzt die industrielle Revolution ein. Es ist eine ganz andere Form von Naturwissenschaft möglich. Und da bin ich ja schon in Video 1 über die Ärzte ein bisschen mehr im Detail darauf eingegangen, was sich daraus alles entwickelt hat. Und hier fange ich jetzt an, mich hauptsächlich auf das Heilpraktikerbuch zu konzentrieren, dass ich euch nochmal einblende, was ich für die Ausbildung damals mitverwendet habe. und werde nochmal entsprechend eben dann auch den Abgleich machen, wie es heute aussieht im Jahr 2021. So, der nächste Abschnitt von dem Video funktioniert jetzt eher wie ein Podcast. Das heißt, ihr seht eigentlich immer zu den Themen jeweils ein Hintergrundbild. Manchmal blende ich auch noch ein Foto ein, wenn ich eins extra für angemessen finde. Aber das werde ich dann im Text auch immer ankündigen. Und so arbeiten wir uns jetzt erstmal durch das Heilpraktikerbuch. Denn wie gesagt, da sind super die ganzen Gesetzestexte und so weiter dargelegt. Und das ist eine schöne Struktur, die die sich da einfach ausgedacht haben. Also die Herausgeberin, diese Elvira Bierbach, finde ich, hat das sehr schön strukturiert. Und da kann man wirklich mit arbeiten. Und jetzt seht ihr ja schon gleich zu Anfang in dem Bildwerk, dass es hier erstmal darum geht, den Beruf des Heilpraktikers zu definieren. Und ich habe damit angefangen, das jetzt mal hier aus der Sicht des Heilpraktikerverbandes darzustellen. Und hierzu lese ich euch jetzt einfach was vor. Zu diesem, aus diesem Buch, das Geleitwort der Deutschen Heilpraktikerverbände. Und im Jahr 2000, ich werde dann später nochmal gucken, ob das noch alle so aktuell sind, gab es den Bund Deutscher Heilpraktiker e.V., den Fachverband Deutscher Heilpraktiker e.V., Freier Heilpraktiker e.V., Freier Verband Deutscher Heilpraktiker e.V., Union Deutscher Heilpraktiker e.V., Verband Deutscher Heilpraktiker e.V. Also das sind hier sechs aufgelistete Verbände. Und die jeweiligen Vorsitzenden damals haben sich zusammengetan und haben das Geleitwort für dieses Buch geschrieben. Und da lese ich jetzt daraus vor. Wer sich für den Beruf des Heilpraktikers entschieden hat, hat sich zum Ziel gesetzt, den kranken Menschen in seiner ganzen Persönlichkeit wahrzunehmen und auf dem Boden dieser ganzheitlichen Sichtweise für jeden Patienten eine individuelle Behandlungskonzeption zu entwickeln. Eine ebenso wichtige Aufgabe ist die Gesunderhaltung der Patienten. Gesundheit ist für den Heilpraktiker die Bewahrung der Zusammenwirkung von Körper, Seele und Geist. Seine Vorgehensweise bei der Feststellung, Linderung und Heilung von Krankheiten steht dabei in der Tradition der Naturheilkunde, die sich seit jeher an die Gesetzmäßigkeiten der Natur orientiert, auch der inneren Natur des Menschen. Die Heilkraft der Natur liegt in dem harmonischen Zusammenspiel aller organischen Strukturen, Funktionen, Energien, Informationen und geistiger wie seelischer Kräfte. Diese Harmonie gilt es zu erhalten, zu fördern und gegebenenfalls wiederherzustellen. Die Naturheilkunde ist grundsätzlich unabhängig von Zeitströmungen, Systemzwängen oder dem jeweils herrschenden Wissenschaftsbild. Gleichwohl berücksichtigt der Heilpraktiker gesicherte Forschungsergebnisse und Erkenntnisse bei seiner Tätigkeit. Mit tiefgreifendem medizinischen Wissen stellt der Heilpraktiker seine Arbeit in ihrer ganzen Vielschichtigkeit auf ein stabiles Fundament. Sicher, der Weg zu einer erfolgreichen Praxis ist lang und nicht gerade einfach und es gilt mit viel Zeitaufwand und persönlichem Einsatz so manche Hürde zu nehmen. Steht der Berufwunsch unumstößlich fest, folgt in der Regel die Anmeldung an einer Schule, die dann innerhalb von zwei bis drei Jahren auf die Überprüfung beim Amtsarzt vorbereiten soll. Ohne den festen Willen, das enorme Lernpensum zu schaffen und ohne die Bereitschaft, auch nach Schulschluss Erlerntes zu vertiefen, ein unmögliches Unterfangen. Hat man sich nach bestandener Überprüfung dann für ein bestimmtes Verfahren entschieden, folgt die intensive Ausbildung in dieser Disziplin, die unter Umständen ebenfalls Jahre dauert, oft auch eine Assistenzzeit beinhaltet. Nach vier bis fünf Jahren endlich der große Tag, die eigene Praxis wird eröffnet. Viele Investitionen sind getätigt worden, Räume wurden angemietet und eingerichtet, nun kann man loslegen. Der erste eigene Patient sitzt vor uns und plötzlich fällt uns wieder ein, was wir in der langen Ausbildungszeit manchmal schon vergessen glaubten, der eigentliche Grund für unseren Berufswunsch. Wir hatten den festen Willen, Menschen zu helfen, Krankheiten und Beschwerden zu lindern und wo immer dies möglich ist, zu heilen, stets unter Einbeziehung des ganzen Menschen in seiner persönlichen Einzigartigkeit. Dass es sich dabei nicht bloß um graue Theorie oder pseudophilosophische Floskeln handelt, bekommen wir sofort in unserem ersten Gespräch mit dem Patienten bestätigt. Wir erfahren tatsächlich etwas über die individuellen Beschwerden, die sich nie auf einen Bereich beschränken, sondern immer das gesamte komplexe und hochempfindliche System von Körper, Seele und Geist betreffen. Ich weiß natürlich nicht, wie es Ihnen gehen wird. Mein erster Tag in der eigenen Praxis gipfelte in einer wunderbaren Erkenntnis. Dass hier inzwischen trotz mancher unserem Berufsstand immanenten Widrigkeiten zur alltäglichen, den Praxisalltag begleitenden Gewissheit geworden ist. Ich habe den schönsten Beruf der Welt. Dass auch Sie eines Tages so denken werden und Beruf und Berufung für Sie keine Gegensätze sein mögen, wünsche ich den Lesern dieses Buches von ganzem Herzen. Und diese Worte stammen vom Präsident eines Heilpraktikverbandes, nämlich von Herrn Ulrich W. Sümpa. Der ist Präsident vom Bund Deutscher Heilpraktiker gewesen und er hat es 2000 in Warendorf geschrieben. Und ich werde jetzt gleich mal erstens diesen Text nochmal einfügen in das Video und mal gucken, was der Herr Sümpa heute so macht. So, ich habe dann im Internet geguckt nach Ulrich Schöper. Das habe ich falsch ausgesprochen. Entschuldigt bitte. Und tatsächlich ist es so, dass es den Berufsverband der Heilpraktiker Deutschland, deutschen Heilpraktiker, Entschuldigung, der Herr möge es mir bitte nicht übel nehmen, noch ganz so gibt, wie es also sein soll. Er ist da auch nach wie vor der Vorsitzende mit seinen beiden Kollegen, die man hier auf dem Bild sehr schön sehen kann. Und ich habe mich dann noch ein bisschen weiter auf der Seite getümmelt. Und da seht ihr schön, dass auch der Herr Sümpa ursprünglich einfach wirklich auch andere Berufe gelernt hat. Und man kommt zum Heilpraktikerberuf eigentlich über Lebenserfahrung. Und dann habe ich hier so auf der Seite etwas gefunden, was ich auch ganz schön finde, nämlich diese kleine Seite mit den Heilpraktiker-Fakten. Und die blende ich ein bisschen längerfristig jetzt für euch ein, sodass die Zeit besteht, für jeden, der das Video guckt, das Ganze auch durchzulesen. Und wem es immer noch zu schnell ist, den bitte ich einfach darum, dass er jetzt einmal auf Pause drückt. Ich lese das jetzt nicht alles vor, weil da steht einfach drin, wo man sich weiter über den Beruf informieren kann, was grundsätzlich der Beruf als solches ist. Und ja, macht einfach Sinn, wenn ihr euch das selber anguckt. Es ist als Anregung gedacht, für die, die jetzt nach dem Video vielleicht auch die Überlegung haben, in den Beruf reinzusteigen. Und während das Bild hier durchläuft, erzähle ich euch mal aus meiner praktischen Erfahrung, die leider nicht ganz so erfolgreich und ganz so erfreulich ist. Ich hätte unheimlich Spaß dran, diese Ausbildung noch fertig zu machen. Aber man muss diese Ausbildung selber bezahlen. Das heißt, das ist schon mal ein Hemmschuh Nummer eins. Und dann muss man halt leider auch die Praxisfinanzierung machen. Auf die kommen wir später auch noch mal zu sprechen, weil ich habe gedacht, ich mache mal hier wirklich so ein Grundlagending. Die Berufsverbände versuchen zu helfen. Also ich möchte hier gar niemanden angreifen. Ganz zu Anfang habe ich ja auch noch die anderen Berufsverbände genannt. Die sind auch noch alle existent. Aber weil er halt in dem Buch mit drin vorkommt, habe ich jetzt einfach gedacht, ich bleibe mal bei diesem Heilpraktikerverband. Haben wir das Ganze angeschaut. Und es ist halt wirklich, es ist eine freiberufliche Tätigkeit. Da kommen wir nachher noch drauf, was das genau bedeutet. Und es ist einfach nicht ohne, in diesen Beruf einzusteigen. Und das sieht man auch hier, gibt es auch eine Seite mit den Büchern, die zurzeit empfohlen werden. Und da ist die sechste Auflage von dem Naturheilpraxis heute, aus dem ich eben jetzt auch die Sachen zitiere. Und auf dieser Überblickseite, auf dieser Rezessionenseite, könnt ihr übrigens auch schöne neue Bücher und interessante Bücher finden. Die kann man sich auch mal geben, wenn man nicht Heilpraktiker werden möchte. Weil einige der Sachen darf man in einigen Bundesländern auch zum Beispiel als Heilpraktiker für Psychotherapie anwenden. Und wir werden uns ja nachher auch vielleicht nochmal über das Thema Homöopathie unterhalten, weil ich das jetzt hier gerade eingeblendet bekomme. Und Homöopathie ist ja zurzeit sehr umstritten. Das ist ein Politikum, das wird mit Sicherheit also auch noch ein Teil im vierten Video zum Thema Heiler bekommen. Das ganze Thema Homöopathie ist für mich auch ein Beispiel in dieser maskentragenden Zeit, in der es halt viel um Angstverbreitung und Panikverbreitung geht. Wie solche Dinge politisiert werden, egal ob man jetzt die Homöopathie mag oder nicht. Wir haben das auch mit Heilpflanzen im Wechsel immer wieder. Also das ist noch ein spannendes Thema, das kommt dann im Video 4. So, zur Einführung in dieses Buch kommt natürlich auch die Heilpraktiker-Anwärterin zu Worte. In diesem Fall eine Brigitte Hassheider aus Borgholzhausen. Ich werde auch da nachher nochmal gucken, wo die Dame sich heute rumtreibt und was so aus ihrer Praxis geworden ist, wenn das möglich ist. Und 2000 ist die Anwärterin für die Heilpraktiker-Prüfung, also die Azubine sozusagen. Deswegen habe ich hier geschrieben, Beruf des Heilpraktikers aus Sicht eines HP-Azubis. Und dann geht das los. Was mache ich hier? Was tue ich mir an? In drei Wochen wird meine Überprüfung nach der zweiten DVO zum Heilpraktiker-Gesetz durchgeführt. Der mündliche Teil. Der schriftliche hat bereits stattgefunden. Jetzt, vorm Endspurt, kurz pausierend zwischen Anamneseerhebung und akuten Notfällen, bedenke ich, wie ich bis hierher gekommen bin. Dabei begann alles so einfach. Ich kann ganz gut massieren und wollte dies, wie es so schön heißt, in ganzheitlicher Weise tun. Nachdem ich eine entsprechende fernöstliche Technik erlernt und mit naiver Begeisterung losgelegt hatte, zwang mich die hiesige Gesetzeslage zu der Einsicht, dass es damit nicht getan war. Denn wer in unserem Land die Heilkunde ausüben will, bedarf dazu der Erlaubnis. Völlig in Ordnung. Er darf keine Gefahr für die Volksgesundheit darstellen. Auch klar. Er muss grundlegende Kenntnisse nachweisen in Der folgende Rattenschwanz der zu erwerbenden Wissenschaft bot hinreichend Anlass, mich von autodidaktischen Bestrebungen zu verabschieden. Ich ging auf eine Heilpraktikerschule. Der Rattenschwanz geriet zum Pferdeschweif. Nie hätte ich erwartet, dass es zur Nichtgefährdung der Gesundheit des Volkes so viel Wissen über dessen Krankheiten notwendig zu erlangen wäre. Egal. Hier bin ich. Trotz allen Frusts und aller Flüche. Denn es macht so viel Spaß. Man lernt rudelweise nette Leute kennen, die alle auf derselben Spur entlang traben. Man drischt gemeinsam pralle Körper aus trockenen Gesetzestexten. Man wird in trauter Eintracht hypnoöprochondrisch, wenn prompt bei allen die Symptome der eben zu lernenden Krankheiten auftreten. Ja, und eines Tages geht man zur Prüfung. Siehe oben. Schade fast, denn sie war gut, die Zeit der Vorbereitung. Ich weiß jetzt so viel mehr über diesen Beruf, über mich. Nichts, was ich in leere Worte fassen ließe. Trotz aller Schwierigkeiten war diese Zeit voller Freude am Lernen, an der Medizin, an den Menschen, die mir unterwegs begegnet sind. Ich wünsche allen dieselben positiven Erfahrungen. Tja, und jetzt habe ich eine Recherche gemacht und habe leider zu Frau Haas-Heider gar nichts gefunden. Das kann verschiedenste Gründe haben. Ich gehe mal davon aus, sie hat die Prüfung bestanden und es sind in dem Buch auch echte Personen zitiert. Aber das Leben ist ja bunt und lustig und die Welt ist groß. Tja, nach dieser erfolgreichen Recherche wenden wir uns dem nächsten Abschnitt zu. Und zwar beschreibt jetzt eine Heilpraktikerin mit dem Namen Anna Obermeier, Aufschluss Holte, mit ihrer Praxis ansässig ihren beruflichen Alltag. Ich erinnere mich noch gut, wie es damals war in meinem alten Beruf. Früh morgens und dann häufig noch schlaftrunken aufstehen, mit mehr oder etwas weniger Widerwillen zur Arbeit, immer wieder Höchstleistungen bringen, ohne Motivation und zum Feierabend wie ausgelaubt sein. Tag für Tag, Jahr aus, Jahr ein. Die Erkenntnis, wie endlich und kostbar meine Lebensspanne ist, brachte mich nach und nach zu der Entscheidung, die Ausübung des Berufslebens mit Sinn und Überzeugung zu füllen. Seit Oktober 1994 ist mein Traum Wirklichkeit. Jeder Tag in meiner Naturheilpraxis bedeutet eine neue Herausforderung. Jede Patientin, jeder Patient hat den Anspruch auf mein uneingeschränkte Aufmerksamkeit, meine Konzentration, auf mein Zuhören, auf mein Verstehen, für ihre oder seine seelische und körperliche Verfassung, auf mein verantwortungsvolles Handeln. Behandeln Sie bzw. jeder Patient hat das Recht, hier und jetzt im Mittelpunkt zu stehen. In den meisten Patientenbegegnungen bilden gegenseitiges Vertrauen, Achtung und Nächstenliebe die Basis für einen längeren und kürzeren gemeinsamen Weg mit dem Ziel, innere und äußere Bedingungen so zu verändern, dass Heilung möglich werden kann. Hinter den vielen Krankheitsnamen verbirgt sich immer der einzelne Mensch. Meine Aufgabe ist es, mir mit meinem Gegenüber gemeinsam und ganz individuell seine Krankheit und seine Symptome anzusehen, sie zu verstehen und zu behandeln, damit sie losgelassen werden können. Im Moment der Stille danke ich all meinen Patienten, die mir täglich die Chance geben, mich darin zu üben, mit dem Herzen zu denken und mit dem Verstand zu fühlen. Ich erlebe ein unbeschreibliches Gefühl der Mitfreude, wenn körperliches und seelisches Wohlbefinden ihre Augen wieder eintreten und ihre Augen wieder voller Lebenslust strahlen lassen. Ich träumte, das Leben sei Freude. Ich erwachte und sah, das Leben ist Arbeit. Und ich fand, die Arbeit ist Freude. Mit diesem Ausspruch des indischen Philosophen Rabindranath Tagore kann ich die nunmehr gewonnene Zufriedenheit und Sinnerfüllung in meiner täglichen Arbeit beschreiben. Arbeit, zu der ich innerlich bereit bin. Tag für Tag, Jahr ein, Jahr aus. Das muss ich jetzt ganz klar sagen, ist ein unheimlich schöner Text, den die Dame hier geschrieben hat. Ich bin mal gespannt, was ich über sie so rausfinde im Internet. Und mich würde interessieren, sie ist jetzt seit 1994 in der Berufssituation drin, also eine etwas ältere Kollegin inzwischen, was aus ihr geworden ist in der heutigen Zeit. Denn man muss ganz klar sagen, da kommen wir später noch drauf, Mitte der 90er gab es so einen richtigen Aufschwung, was das Thema Heilpraktika angeht. Und danach brach das Ganze auch leider wieder ab und verhängt es eben, wie gesagt, an dem, was wir später noch haben, an diesen immensen Kosten und auch an der Art, wie unsere Politik eben über diese Kosten Praxisgründungen verhindert und blockiert. Das betrifft auch den Heilpraktiker für Psychotherapie und das gleichzeitig in einer Zeit, wo einfach jeder medizinisch kundige Mensch und jeder Psychotherapeut im Grunde gebraucht werden. Das widerspricht sich also in sich, aber was soll man machen? So, und ich schaue mal jetzt, was ich finde. So, bei Frau Obermeier war ich jetzt ein bisschen erfolgreicher. Leider ist die Dame aus einer Generation, wenn sie seit 1994 praktiziert, also entweder ist sie wahrscheinlich schon in Rente inzwischen und hat die Praxis vielleicht an ihre Tochter abgegeben. So sieht es zumindest im Internet aus oder an irgendjemand anders mit dem gleichen Nachnamen. Naja, und sie ist auch eine Generation, die noch nicht so viel sich mit Homepage auseinandergesetzt hat. Und das heißt also, man kann das noch finden von ihr. Ich hätte mich gefreut, wenn man mal ihre Seite gesehen hätte, wenn sie dann eine gehabt hätte, um einfach auch mal so eine Seite von einem Heilpraktiker vorzustellen und mal zu zeigen, was die alles so anbieten. Ich gucke mal jetzt, was ich noch an Alternativen finde. So, und ich bin dann auch ganz schnell fündig geworden und habe einerseits mich hier mal direkt bei mir in Bremen umgeguckt. Und da kommt jetzt gleich ein Beispiel. Hier sind so die Ergebnisse, die drei ersten Suchergebnisse, die Google mir angezeigt hat. Und jetzt hoffe ich, dass gleich die Seite da aufspringt von den Leutchen. Das sind richtige Heilpraktiker. Na hopp. Geduld, 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 Geduld. Ja, und hier kann man sehr schön gleich auf den ersten sehen, was die machen. Authentische chinesische Medizin in Bremen Nord, wo sie sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da stellen die sich dann auch direkt vor. Das heißt, man kann auf einen Blick erkennen, was sind das für Leute, was haben die für eine Ausbildung gemacht, in welchem Verhältnis stehen die auch zum Beispiel zueinander. Hier würde ich sagen, haben wir ein Pärchen. Und dann eben ganz klar auf der Seite zu erkennen, welche Angebote die machen. Und da sieht man eben, dass der Art des Angebotes eben sehr stark in den medizinischen, naturheilkundlichen Bereich reingeht. So, und wenn man etwas esoterischer angehaucht ist, oder so wie ich eben eine Kunsttherapeuten-Ausbildung gemacht habe, auch in Bremen in der Nähe von Ottersberg, in der Nähe von Bremen in Ottersberg, so rum mit dem Schuh draus, dann sieht die Seite eher so aus wie hier, weil da gibt es einfach ganz klare Einschränkungen. So bestimmte medizinische Dinge darf ich nicht anbieten. Aber alles, was in den psychotherapeutischen Bereich reinfällt, und da sind eben auch Bachblüten mit dabei, und Anfänge der Kräuterheilkunde, die sind dann so auf meiner Seite zu finden. So, jetzt habe ich ja schon mehrfach erwähnt, dass der Heilpraktiker beim Amtsarzt geprüft wird, übrigens auch der Heilpraktiker für Psychotherapie. Und wenn das Video nicht zu lang wird, werde ich euch mal den Schwank zu meiner Prüfungssituation erzählen. Es war zum Brüllen komisch. Aber jetzt halte ich mich erstmal an den Text von Herrn Dr. Med. Reinhard Luppe, Gesundheitsamtkreis Minden-Lübecke, wie gesagt aus dem Jahr 2000. In Deutschland darf die Heilkunde nur von Ärzten und Heilpraktikern ausgeübt werden. Von gewissen Einschränkungen abgesehen, steht somit der Heilpraktikerin und dem Heilpraktiker ein sehr weites Feld an heilkundlicher Betätigung offen. Das Heilpraktikerwesen ist ein fester Bestandteil des Gesundheitswesens der Bundesrepublik. Viele chronisch Kranke geben sich sowohl in die Betreuung der Schulmedizin als auch der Heilpraktiker. Die Gesundheit ist ein besonders hohes Gut, das staatliche Verantwortung unterliegt. Hierbei spielt das Gesundheitsamt eine besondere Rolle. Dieses hat zwei Aufgaben im Heilpraktikerwesen. Es soll auf der einen Seite die Aufsicht führen über die tätigen Heilpraktiker und auf der anderen Seite die Überprüfung durchführen bei Bürgern, die den Heilpraktikerberuf ergreifen möchten. Im Bereich der Aufsicht gibt es in jedem Bundesland eigene Regelungen, die sich inhaltlich aber sehr ähneln. So soll zum Beispiel erfasst werden, wie viele Heilpraktiker im Einzugsbereich der jeweiligen Gesundheitsamtes tätig sind. Vor Eröffnung der Praxis muss also eine Meldung an das zuständige Gesundheitsamt erfolgen, bei dem auch die Erlaubnisurkunde vorzulegen ist. Des Weiteren ist das Gesundheitsamt Ansprechpartner für Beschwerden von Patienten. Würde zum Beispiel hygienische Mängel angemahnt, so wäre eine Praxisbegehung möglich. Auch obliegt es dem Gesundheitsamt, die praktizierenden Heilpraktiker über etwaige Behandlungsverbote oder Auflagen zu informieren. Der Beruf des Heilpraktikers erfordert ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, da er Menschen nicht nur helfen, sondern sie auch schädigen kann. Möchte eine Bürgerin oder ein Bürger Heilpraktikerin bzw. Heilpraktiker werden, so muss der Amtsarzt, also ein Arzt des Gesundheitsamtes, dazu Stellung nehmen, ob die oder der Betreffende eine Gefahr für die Volksgesundheit bedeuten würde. Zitat aus der ersten Durchführungsverordnung zum Heilpraktikergesetz. Der Sinn des Überprüfungsgespräches ist also die Gefahrenabwehr. Obwohl es Bestrebungen in diese Richtungen gab und gibt, besteht weder eine Ausbildungs- noch eine Überprüfungsordnung. Um dennoch eine einheitliche Umsetzung des Heilpraktikergesetzes zu gewährleisten, arbeiten die Bundesländer zunehmend eng zusammen. Ziel ist eine vergleichbare und gerechte Durchführung der Überprüfung. Um dies umzusetzen, hat sich ein zentralisiertes Überprüfungsverfahren durchgesetzt. Für Nordrhein-Westfalen heißt das beispielsweise, dass statt der 54 Gesundheitsämter nur noch 5 Ämter überprüfen sollen. An allen Überprüfungen sind Heilpraktiker als Beisitzer beteiligt, die ebenfalls Fragen stellen und somit an der Gestaltung wesentlich beteiligt sind. Wenn nach wie vor mehr als 60 Prozent der Antragsteller nicht bestehen, beruht dies auf einer in der Regel einmütigen Entscheidung von Amtsärzten und Beisitzenden Heilpraktikern. So und jetzt ist natürlich noch sozusagen die Konkurrenz gefragt. Und zwar der Heilpraktikerberuf aus Sicht eines Arztes für Naturheilverfahren. Und hier in dem Buch von der Vera Bierbach, also die ist ja Herausgeberin, wird hier zitiert, der Herr Dr. Med. Michael Petok, Facharzt für Allgemeinmedizin, Homöopathie, Naturheilverfahren, Chirotherapie, Umweltmedizin, auch aus Bielefeld, ebenfalls so wie vorhin der Herr Lubbe aus Lübbeke. Also das ist alles so ein Kreis Bielefeld, die sind alle aus dem Kreis Bielefeld. Ich gehe mal davon aus, dass die auch Herausgeberin da in der Ecke tätig ist. So, zitieren wir mal. Naturheilkunde zu erlernen und zu praktizieren, ist ein mehrfacher Hinsicht eine große Herausforderung. Neben fundierter naturwissenschaftlich orientierten Kenntnissen gilt es, eine breite Ausbildung in dem großen Spektrum der Erfahrungsheilkunde zu absolvieren. Im Rahmen der naturheilkundlichen Fortbildung sollten nicht nur moderne Richtungen, sondern auch alte traditionelle Möglichkeiten erlernt werden. Diese reichen bis in den Bereich der Volks- und Laienmedizin hinein. In den Behandlungsfeldern zählen nicht nur die von der wissenschaftlichen Medizin eindeutig definierten Krankheitsbilder, sondern auch die große Anzahl der sogenannten funktionellen und zum Teil als psychosomatisch angesehenen Beschwerden. Neben der Therapie von Krankheiten hat die Beratung zu einer gesundheitsunterstützenden und krankheitsvorbeugenden Lebens- und Verhaltensweise einen großen Stellenwert. Dazu zählen die Ernährung, die Ordnung des Lebens, Entspannungstechniken, baubiologische und umweltmedizinische Aufklärung und vieles mehr. Es gehört zu den herausragenden Aufgaben der Naturheilkunde, nicht nur kranke Organe zu behandeln, sondern kranke Menschen. Erst das Mitempfinden und das Erfassen der ganzen Person, der Persönlichkeit, macht eine umfassende Behandlung möglich. Die einfühlsame Haltung Patienten gegenüber ist eine wichtige Voraussetzung des Behandelns. Wichtigster Grundpfeiler vor jeder Therapie ist die Klärung der aktuellen Krankheitssituation, ihrer eventuellen Bedrohlichkeit und die Erstellung einer Diagnose. Diese Regel der wissenschaftlichen Medizin gilt uneingeschränkt auch für die Naturheilkunde. Bei Zweifeln die Hilfe eines erfahreneren Hinzuzuziehen zeugt von Größe und wird von Patienten fast immer positiv bewertet. Wer die Behandlung auf ein solides Fundament stellt, wird für Kranke viel Gutes tun können. Dazu bedarf es eines erheblichen Lernaufwandes und einer bleibenden Kritikfähigkeit dem eigenen Handeln gegenüber. Unter diesen Voraussetzungen werden jedoch naturheilkundig Tätige die Achtung und das Vertrauen ihrer Patienten gewinnen und behalten. Wie man daraus hört, steht dieser Herr dem ganzen Thema Heilpraktiker sehr offen gegenüber. Das ist leider nicht immer der Fall. Das wird man dann im vierten Video nochmal sehen, wenn es um das Thema Politik geht. Natürlich sind auch viele Heilpraktiker Kritik ausgesetzt. Das hat teilweise echte inhaltliche Gründe. Da kommen wir gleich nochmal zu, wenn ich jetzt versuche eine Übersicht über die Heilverfahren noch zu geben, zum Ende dieses ersten Videos hin zum Thema Heilpraktiker. Und manchmal ist es auch schlicht und ergreifend, wie gesagt, politik und politisch beeinflusst. Und da kommen wir dann auch noch dazu. Und jetzt kommen wir zu der Liste der Naturheilverfahren, die ich euch hier jetzt einfach nochmal komplett vorstellen werde, soweit bekannt. Es geht los mit der Akkupressur unter A. Die Bezeichnung bezieht sich auf die chinesische Technik der Druckmassage. Shiatsu ist kurz gefasst die japanische Variante. Das ist natürlich eine Reflexzonenmassage, gehört hier auch mit dazu an den Füßen als ein Beispiel. Und auch die Reflexe der Hände sind da nochmal mit gemeint. Und jetzt kommt auch gleich noch ein Bild, wo man sieht, wie jemand einen anderen einrenkt. Das ist auch ein Teil aus dem Shiatsu. Ja, da sind so grob alle Formen der Druckmassage gemeint. Dann kommt die Akkupunktur. Bei der Akkupunktur sorgen feinste Nadelstiche an genau definierten Punkten des Körpers für eine Harmonisierung der Lebensenergie. Die Methode stammt ebenfalls aus China, Tibet und Japan. Dann kommt die Alexander-Technik. Alexander-Technik ist eine pädagogische Methode und beschäftigt sich mit den Erkennen und Ändern von Gewohnheiten. Und dabei eben besonders bei körperlichen Fehlhaltungen, die zu Verspannungen und Schmerzen führen. Und es geht eigentlich darum, Fertigkeiten zur Selbsthilfe zu erlernen. Und es soll dabei geholfen werden, die eigene Koordination wahrzunehmen und zu verstehen, was einen schädigt und das eben zu vermeiden. Sehr viel bei Musikern, Schauspielern, Sängern und Sportlern und Tänzern eingesetzt. Nach ihrem Begründer Friedrich Matthias Alexander benannt. Dann haben wir die anthroposophische Medizin und die entsprechenden dazugehörigen Heilmittel. Die gehen zurück auf Rudolf Steiner und seine erweiterte Welt- und Menschenkenntnis. Rudolf Steiner hat die Anthroposophie gegründet und hat gelebt von 1861 bis 1925. Und für seine Prinzipien oder zu seinen Prinzipien, die vor allen Dingen in Deutschland und der Schweiz praktiziert wurden, gehört eben auch, dass der Mensch in Wesensglieder eingeteilt ist, dass er einen physischen Leib hat, einen Äther und einen Astralleib. Seine Therapien beinhalten Heilpflanzenanwendung, besonders Misteltherapie bei Krebs, homeopathische Präparate, Heil-Eurythmie, Farbtherapie, Kunsttherapie und Musiktherapie. Und dann geht es weiter mit der Aromatherapie. Ätherische Öle werden zur Linderung und Heilung von Krankheiten angewendet. Das ist eigentlich auch einfach. Die sind als Essenzen in Öl oder in Alkohol gelöst. Atemtherapie, da geht es um unsere Lunge. Sie zielt bewusst darauf ab, richtig zu atmen. Die Atemtherapie wird auch als Teil der Physiotherapie angewandt. Also ich selber habe mir als Kind mal die Nase gebrochen und da musste ich auch richtig gehen, wieder neu atmen lernen. Atlas Logie. Zu Beginn der Neuzeit war es D. Palmer, welcher 1895 mit der ersten Wirbelbehandlung begann. Er ging davon aus, dass eine gut ausgerichtete Wirbelsäule dem Körper die Möglichkeit gibt, optimal zu arbeiten. Walter Landes, vor ungefähr 20 Jahren, hat die Methode nochmal aufgegriffen und hat sich auf den sogenannten Atlaswirbel, das sind die beiden oberen Halswirbelsäulen, vom Übergang von der Wirbelsäule zum Kopf konzentriert und festgestellt, dass wenn man die schon ganz leicht wieder richtig in ihre Bahnen bringt, dass dann Kopfschmerzen aufhören, dass der Mensch besser denken kann und dass eben auch Wirbelsäulen an der gesamten Wirbelsäule nicht so mehr dominant im Raum stehen. Gerade der Halswirbel ist halt sehr empfindlich bei Verschiebungen und da gibt es also wirklich massive Kopfschmerzen. Kann schon bei der Geburt zum Beispiel passieren. Beckenschiefstand ist da auch mit zu behandeln. So, nochmal ganz kurz, bei der Geburt kann es eben passieren, dass ein Kind den Atlaswirbel gedrückt bekommt und dann, das sind diese Schreikinder, also das ist echt ein Tipp, den hat mir meine Heilpraktiker-Ausbilderin gegeben, die hat gesagt, wenn sowas auftritt, dann wirklich mal gucken, ob das Kind einen verschobenen Atlaswirbel hat. Ausleitende Verfahren. Jetzt habe ich hier wieder das Foto von Herrn Galen drin. Sie dienen der Entgiftung und Entschlackung der Körpersäfte und deswegen auch Galen als Foto und basieren auf dem von mir bereits erklärten Verfahren der Humorallehre und der Humoratherapie. Da könnt ihr dann nochmal vorne im weiteren Video gucken. Autogenes Training ist eine Autosuggestions-Entspannungstherapie, die vom Berliner Psychiater Johannes Heinrich Schulz aus der Hypnose entwickelt wurde und zwar um 1926 herum. Und der breiten Öffentlichkeit steht diese Heilmethode seit 1932 zur Verfügung und wird halt immer noch angewandt. Ayurveda teilt die Menschen auf in drei Persönlichkeitstypen in Kapha, Pitta und Vata und mit diesem Wissen von diesen drei Typen lernen wird Essen bestellt, wird geguckt, dass Sport in der entsprechenden Weise betrieben wird, dem Typus entsprechend und es hat einfach ein Lebensprinzip, mit dem man sich befasst. Kräuter werden auch hier verwendet und es geht einfach darum, dem Typus entsprechend sein Leben zu führen, den man hat. Und da wird tatsächlich auch Astrologie mitverwendet. Und da kommen wir nachher später aber wieder drauf. Bachblütentherapie. Die Bachblütentherapie ist in den 30er Jahren von dem britischen Bach-Arzt Edward Bach ausgelobt worden, erfunden worden. Laut Bachs zentraler These beruhe jeder körperliche Krankheit auf einer Störung des seelischen Gleichgewichts. Und er hat dann einfach über diese Bachblüten versucht, Seele und Körper wieder in eine Harmonie zu bringen. Und das sind 38 disharmonische Seelenzustände, die die menschliche Natur so in der Lage ist, hervorzubringen, zumindest also nach seiner ursprünglichen Lehre. Und mit seinen Blüten versucht er eben da ein Gegengewicht, eine Gegenschwingung zu erreichen. So, und die Pflanzen werden bei ihm in Wasser gelöst, heute auch teilweise in Alkohol. Und da sind dann sogenannte Blütenessenzen, die dann dafür eingesetzt werden. Bindegewebsmassage. Die Bindegewebsmassage, auch subkutane Reflextherapie, SRT genannt, wurde 1929 von Elisabeth Dicke begründet. Es handelt sich um eine Massage, die als Neuraltherapie auf dem Konzept der Hedgen-Zonen basiert. Das sind Körperzonen im Bein, also unter dem Gewebe. So, S. Werden hier bei Haut- und Unterhaut- und Faszientechnik zur Behandlung der Bindegewebszonen eingesetzt. Bioresonanztherapie. Das sind diese Silberdinger, die man in die Hand nimmt. Basis der Bioresonanztherapie ist die Radionik, die in den 1920er Jahren in den USA von Albert Abrams entwickelt wurde. Die Radionik ist Teil der Energie- bzw. Informationsmedizin und geht davon aus, dass um jeden Menschen herum eine feinstoffliche Aura, ein feinstoffliches Energiefeld existiert. Also aus der Ecke stammen auch Aurenlesegeräte, dass man die Aura lesen kann. Später entwickelte der Arzt Franz Morell und Ingenieur Erich Rasche aus der Radionik die Bioresonanztherapie, die anfangs noch unter dem Namen Mura-Therapie bekannt war. Also abgeleitet von den beiden Nachnamen. Die Therapiegeräte sind eben auch von den beiden Herren dann entwickelt worden. Kolon-Hydrotherapie. Da ist schon der Darm im Blick. Es handelt sich hierbei um eine Methode der Darmspülung mit dem Ziel, vor allem den Dickdarm zu reinigen und zu entleeren. Elektroakupunktur. Die Therapie anhand der Leitfähigkeit des Gewebes wird geprüft, was man für eine Krankheit hat. Farbtherapie und Kunsttherapie. Da habe ich einen eigenen Bereich, weil ich ja ausgebildete Kunsttherapeutin bin. Es geht einfach darum, positive Wirkungen der Farbe auf Körper und Seele zu verstärken. Das kann man eben machen, indem man selber künstlerisch tätig wird. Oder man kann das machen, indem man Räumlichkeiten um sich herum mit einer bestimmten Farbe gestaltet oder sich selbst auch mit bestimmten Licht bestrahlen lässt. Feldenkreis. Unter Anleitung eines Lehrers beobachten die Schüler oder Schülerinnen ihre Haltung und ihre Bewegung, um sich der dahinterstehenden Lebensmuster bewusst zu werden. Massagen und Ähnliches. Die Fußreflexzonenmassage, ganz am Anfang bei der Akupressur schon mal genannt, aber wir haben natürlich auch noch ganz viele andere Massagetechniken. Ich habe die jetzt mal als Beispiel weiter so gelassen. Sie fällt in den oben beschriebenen Themenkreis, was ich eben auch sagte, zur Akupressur und ähnlicher Methoden. Steht aber halt einfach als ein für alle auch bekanntes Beispiel. Hier ist dann auch der Übergang zum Reiki, was nachher nochmal gesondert kurz erklärt werden wird. Aber alles, was halt mit Handauflegen ist, kann hier auch eingeordnet werden. Denn Füße und Hände spiegeln einfach nochmal unsere gesamten Organe wieder. Derzeit heiß umstritten ist wieder mal die Homöopathie. Globulis, also Homöopathos, heißt vom Altgriechischen gleich oder gleichartig oder ähnlich. Und Pathos ist auf Deutsch Leid und Schmerz. Und Samuel Hannemann hat 1796 seine Vorstellungen veröffentlicht, veröffentlicht, dass Gleiches mit Gleichem geheilt werden kann. Und danach soll ein homöopathisches Arzneimittel so ausgewählt werden, dass die Inhaltsstoffe der Grundsubstanz an gesunden, ähnliche Krankheitserscheinungen hervorrufen können, wie an demjenigen, der an einer bestimmten Krankheit leidet. Und es wurden von Hannemann und seinen Nachfolgern halt viel, ich sag mal, Forschungen betrieben. Aber mal sehen, wohin sich das Ganze noch entwickelt. Hydrotherapie ist die Therapie sämtlicher Anwendungen von Wasser zur Vorbeugung und Behandlung von Erkrankungen. Das ist eigentlich ganz einfach. Da kann man Bäder nehmen, man kann kaltes Wasser nehmen, man kann warmes Wasser nehmen, man kann zum Beispiel bei Sebastian Kneipp komplett ins Wasser reingehen. Ja, oder nur mit Teilen des Körpers. Wie das genau funktioniert, hatte ich auch vorhin schon mal. Jetzt sind wir bei der Hypnose. Eine Hypnose ist eine Technik, mit der Menschen sich selbst oder andere in einen anderen Bewusstseinszustand versetzen. Naja, man spricht von hypnotischer Trance. Dieser Zustand geht mit körperlichen und psychischen Veränderungen einher. Unter Hypnose lassen sich verschüttete Erlebnisse aufarbeiten und Angststörungen behandeln und positive Kräfte aktivieren. Also es sind auch schon Operationen unter der Hypnose durchgeführt worden und es sind Angststörungen, wie gesagt, behandelt worden. Ja, da gibt es eine Menge. Dann die Iris-Diagnose. Die Regenbogenhaut im Auge, auch Iris genannt, wird hier zur Anamnese herangezogen. Und es ist tatsächlich so, dass man diesen Kreis einteilen kann. Im Hintergrund seht ihr das ganz grob. Durch ihre Betrachtung, also durch die Betrachtung der Iris, wird erkannt, ob der Patient krank oder gesund ist und was er hat, also welches Körperorgan betroffen ist. So, und zwar sind dann so kleine schwarze Flecken zu sehen. Die Kinesiologie ist eine vergleichsweise junge Disziplin der Alternativmedizin. Sie beruht auf der Vorstellung, dass alle von Menschen gemachten Erfahrungen in Nervensystem und Zellengedächtnis gespeichert sind. Die Kinesiologie soll als eine Art körpereigene Feedback-Methode funktionieren, bei der der Körper durch einen Muskeltest rückmeldet, was ihm fehlt und wie man dies wieder in Ordnung bringen kann. Zum Abbau und Ausgleich von angezeigten Störungen oder Blockaden nutzen Kinesiologen verschiedene alternative Techniken als Unterstützung. Die klassische Massage gibt es natürlich auch noch. Die kommt aus Schweden anscheinend und ist eben auch die bekannteste und am weitesten verbreitete Form der Massage. Da geht es eben darum, die Muskeln zu lockern und die Wirklichkeit wieder herzustellen. Lymphdrainage. Dieses Therapiekonzept hat zum Ziel das gestörte Gleichgewicht zwischen der Menge von Gewebewasser und der Leistungsfähigkeit der Lymphbahnen wiederherzustellen. Neuraltherapie. Die Neuraltherapie ist eine Injektionstherapie im Rahmen der Nacrylheilkunde, die hauptsächlich mit lokal anesthesierenden Injektionsmitteln wie Prokain und Lidokain arbeitet. Die Lokalanästhesie wird hierbei nicht zur Betäubung genutzt, sondern soll über verschiedene Wege den Organismus bei der Heilung unterschiedlicher Beschwerden unterstützen. Ohrakupunktur, Aurikulotherapie. Die Ohrakupunktur ist ein Teilgebiet der Akupunktur. Angewendet wird sie bei Schmerzen, Allergien und seelischen Problemen. Ähnlich wie bei Händen und Füßen ist es halt so, dass auch das Ohr einmal den gesamten Körper widerspiegelt und man das einsetzen kann, um zu akupunktieren. Raucherentwöhnung klappt damit auch ganz gut. Oligotherapie. Das habe ich vorher auch noch nie gehört. Das Wort Oligos kommt aus dem Griechischen und heißt wenig klein. Und im Hintergrund sieht man schon, was man da dazu gibt. Zum Beispiel Magnesium, Zink, Eisen. Also es geht darum, dass es in kleinen Mengen dem Körper zugeführt wird und dass dadurch dann die Selbstheilungskräfte durch diese zugeführten Spurenelemente aktiviert werden sollen. So, Selbstheilungskräfte. Selbstheilungskräfte hatte ich gerade vergessen, aber nein, das ist auch ein Wort. Gefecht, ja. Und so soll gestörte Stoffwechselfunktionen wieder normalisiert werden und ja, das ist das Ziel. Orthomolekulare Medizin. Da geht es um die Vitamine und das sind derer zwölf und wie ihr seht, könnte ich da auch ganz klar wieder einen Bezug zur Astrologie machen und das werde ich dann auch tun. Irgendwann nochmal als eigenes Video. Im Brockhaus steht die Erhaltung guter Gesundheit und Behandlung von Krankheiten durch die Veränderung der Konzentrationen von Substanzen im menschlichen Körper, die normalerweise im Körper vorhanden sein sollen. Also sprich so Mangelerscheinungen, die dann eben ausgeglichen werden müssen. Osteopathie. Die Osteopathie, Entschuldigung, das ist Klassiker, Osteopathie wurde vor 120 Jahren von dem amerikanischen Arzt Andrew Taylor Still entwickelt. Nachdem er mit ansehen musste, wie drei seiner Kinder an einer Entzündung der Rückenmarkshaut starben, machte er sich auf die Suche nach einer neuen Art von Therapie. Er entdeckte dann, dass die Beweglichkeit von Muskeln und Gelenken die Basis für einen gesunden Körper darstellt. Seine Methode kuriert nicht Krankheiten, sondern hilft dem Körper, sich selbst zu heilen. Diese neue Therapie gab still der Name Osteopathie, weil sie über den Knochen, Osteopathie, und Partie das Leiden des Menschen arbeitet. Jetzt kommen wir hier zur Phytotherapie, Pflanzenheilkunde oder Kräuterheilkunde. In der Lehre der Verwendung von Heilpflanzen als phytotherapeutische, genannte Arzneimittel, mit der Erforschung und Herstellung von Phytotherapeutika befasst sich die Phytopharmazie. Nicht nur Fitness, sondern auch innere Ruhe und Ausgeglichenheit wünschen sich viele von ihrem Sportprogramm. Kann man, glaube ich, nachvollziehen. Kleine Auszeiten vom Alltag bieten daher die sogenannten Entspannungssportarten. Das sind die oben genannten. Sie rücken neben dem Körper auch den Geist in den Fokus. Je nach Trainingssystem, gesundheitlichen Erfordernissen und individuellen Vorlieben gibt es die richtige Entspannungssportart eigentlich für zu ziemlich jedem. Reiki und Strömen und so weiter. Reiki ist eine therapeutische Energiearbeit die auf körperlichen, geistigen und spirituellen Ebenen birgt. Mikau Usui, das ist der Arzt, der die entwickelt hat, hat fünf Leitsätze dazu rausgegeben, sei freundlich zu den Menschen, arbeite hart, ärgere dich nicht, sorge dich nicht und sei dankbar. Und ja, im Grunde handelt es sich um eine spirituelle Medizin. Und ich sage mal, was sich da auch herausentwickelt hat, ist das durchaus heute auch gebräuchliche Rangdroll. Aber das muss man dann mal an anderer Stelle extra behandeln. Rolfing. Die Faszien bilden ein Netzwerk aus faserigem, kollagentbildenden Bindegewebe in unserem Körper. Frauen wissen das, es lebe die Orangenhaut. Sie sind seit jeher das Arbeitsmaterial beim Rolfing, also diese Faszien. Und natürlich, wenn ich das richtig weiß, hat eine Frau das Ganze erfunden. Und zwar Dr. Eder Rolf beschäftigt sich bereits seit Mitte des 20. Jahrhunderts intensiv mit den Faszien und erkannte deren wichtige Rolle für unser Wohlbefinden. Ja, und das ist innerlich wie äußerlich so. Sie bezeichnet die Faszien als das Organ der Form und sie ging davon aus, dass der Körper über die Behandlung eben dann auch formbar ist. Schüsselersalze. Auch ein sehr schönes Thema. Natürlich benannt nach dem Entdecker. Und zwar hat er einfach geguckt, wie Mineralstoffmangel sich auf Zellen und Krankheiten auswirkt. Und Schüsselers Mineralsalze sollen den Zellen helfen, eben entsprechend diesen Mangel gar nicht erst zu entwickeln und dann natürlich deutlich besser fit und gesund zu bleiben. Stoffrologie. Das kannte ich auch nicht, bis ich jetzt diese Überschrift gesehen habe. Aber da geht es um Bewusstseinsschulung von Körper und Geist. Und man soll das, was man im Leben erlebt, eben auch ins Gleichgewicht bringen und in seine Persönlichkeit integrieren. Und auch vor negativen Ereignissen eben einfach keine Angst haben. Der Ausdruck bedeutet so viel die Wissenschaft von der Ausgeglichenheit des Bewusstseins. Und wurde 1960 von dem Neuropsychiater A. Kaicedo geschaffen, dieser Begriff. Und er hat daraus sogar eine wissenschaftliche Schule gemacht. Spagirik. Das ist auch eine schöne Sache. Spagirik. Ist eigentlich ein uraltes, ganzheitliches Naturverfahren. Diese besondere Art der Arzneimittelherstellung hat ihre Wurzeln sogar schon in der vorchristlichen Zeit. Das ist auch wieder in der Artikel. Es werden Wirkstoffe aus Pflanzen auf eine besondere Weise getrennt, verarbeitet und dann wieder zu einem Endmedikament zusammengeführt. Im Mittelalter wurde der Begriff mit der Alchemie gleichgesetzt, obwohl es den Begriff eben damals auch schon als Extrabegriff gab. Und der bekannte Arzt Paracelsus bezeichnete als einer der ersten, die Spagirik als eine angewandte Form der Alchemie zur Herstellung von Arzneimitteln. Und der Arzt Karl Friedrich Zimpel so circa 200 Jahre später, also im 17. Jahrhundert, hat mit seinen Studien dann die moderne Variante davon gegründet. Thomas, Tomatis-Therapie. So. Da geht es um neurosensorische Stimulation. Und zwar ist es einfach so, dass es Menschen gibt, die große Schwierigkeiten haben, sich emotional oder kognitiv zu konzentrieren, sich wirklich auf ein Gespräch aufmerksam einzulassen und die schalten dann entweder ab oder werden total anstrengend, sowas, wo es ein bisschen Richtung ADHS geht. Und dieses Höhererziehungsprogramm, was der Herr Tomatis entwickelt hat, ist so, dass Musik und Stimme aufgearbeitet werden und man dadurch dann eben entsprechend stimuliert werden soll, je nach Krankheitsbild. TCM, traditionelle chinesische Medizin, besteht aus klassischer chinesischer oder tibetischer Diagnostik sowie unterschiedlichen Behandlungsmethoden auch aus diesem Bereich. Die werden dann oft einzeln oder in Kombination angewendet. das kann Akupunktur sein, das kann aber auch Kräuterheilkunde sein oder Steinheilkunde. Vitalogie ist dann das nächste hier. Da geht es wieder ganz klar um den Atlaswirbel. Das hatten wir vorhin schon. Das ist eine Weiterentwicklung. Dr. Peter Hugler, Absolvent der Parma-Universität für Chiropraktik in Amerika, hat diese Methode begründet und er versuchte erneut herauszufinden, warum Menschen so chronisch erkrankt sind und hat das dann eben auch auf diesen Atlaswirbel zurückgeführt und hat dann damit eben gearbeitet. Wenn der Atlaswirbel gerade steht, dann sind auch bestimmte andere Leiden nicht mehr so stark und wenn man da die Nervenbahnen von Druck befreit, dann ist das eine wunderbare Sache dafür. Leichte Verschiebungen des Kopfgelenkes wirken sich halt tatsächlich schon auf Schmerzbereiche in der gesamten Wirbelsäule aus und wenn ich gerade stehe, ja, also sprich der blockierte Atlaswirbel, geht oft über den dafür typischen Verspannungen Nacken- und Schulterbereich einher und wenn die gelöst sind, hast du natürlich schon einfach weniger Schmerzen. Das ist ganz klar und wenn der Wirbel in seine Urposition zurückgebracht wird, dann entspannt sich eben auch die ganze Rückenmuskulatur und dann können Nerven sich beruhigen und der Körper kann seine Selbstheilungskräfte zum Einsatz bringen und das ist eine durchaus private und wirkungsvolle Schmerztherapie. Und das waren jetzt alle Heilmethoden. Jetzt sind wir am Ende von dem Video angekommen zum Thema Was ist eigentlich ein Heilpraktiker? Das ist das 2D-Video zum Thema Heilkunde aus der Viererreihe die es eben geben wird Gesetzestext und so weiter mache ich dann eben im vierten Video so wie ich es auch schon gesagt habe was ja einfach Sinn macht weil da sprechen wir eben über die gesamte Politik zum Thema Gesundheit und da müssen wir auch nochmal auf das momentane Infektionsschutzgesetz eingehen weil es auch beim Heilpraktiker eine wichtige Rolle spielt. Ich habe wieder richtig Lust bekommen auf meine Praxis und freue mich wenn der Lockdown vorbei ist und werde dann hier einiges vorbereiten da kommen dann auch noch Videos dazu wenn es euch gefallen hat dann seid ihr lieb und gebt mir einen Daumen hoch wenn es euch nicht gefallen hat naja dann muss ich mit dem Daumen runter leben toll ist was anderes Kommentare wie immer erwünscht und erbeten und nächste Woche gibt es dann ein Video zum Thema Kunst ich denke ich werde mal meine ganzen Upcyclings vorstellen und zusammenstellen zumindest einen ganzen Teil davon mal gucken wie lang das dann wird und vielleicht gibt es dann da auch zwei, drei dazu alles klar wünsche euch was tschüss und da auch ein paar bis zum Beispiel das dann bis zum Beispiel das dann bis zum Beispiel bis zum Beispiel das dann bis zum Beispiel Vielen Dank.